Ralf Schumacher ist homosexuell. Doch noch vor ein paar Jahren bestritt seine Ex-Frau Cora alle Gerüchte. Vor wenigen Tagen machte Ralf Schumacher, 49, öffentlich, dass er einen Mann liebt. Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann, schrieb zu einem gemeinsamen Instagram-Foto mit seinem Freund Etienne Busquedkasagne, 34. Doch was sagt seine Ex-Frau Cora, 47, dazu? Schließlich waren die beiden 14 Jahre verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. Seit dem Outing hüllt sich Cora in Schweigen. Doch noch vor ein paar Jahren äußerte sich die Ex-Rinnfahrerin eindeutig zu der Sexualität ihres Ex-Mannes. Cora Schumacher, nein, der Ralf ist nicht schwul. Gerüchte, dass Ralf homosexuell ist, gab es schon länger. In einem Interview mit der Bild aus dem Jahr 2017 stellte Cora jedoch noch klar, mir geht das schon an die Nieren. Ich kann's einfach nicht mehr hören. Und fügte hinzu, Das sag ich jetzt einfach, wenn irgendwer bezeugen kann, dass Ralf alles andere als schwul ist, dann wohl ich. Der ist manchmal wie ein echter Schürzenjäger hinter mir her, mehr muss ich wohl nicht verraten. Auch Ralf fand damals deutliche Worte, man muss ja vorsichtig sein, was man da sagt. Ich will ganz sicher niemanden diskriminieren. Aber diese schwul Gerüchte empfinde ich einfach unverschämt meiner Frau und meiner Familie gegenüber. Das ist Schwachsinn und eine Beleidigung gegenüber Cora. Das ist wohl der Preis, den man zahlen muss. Wenn du relativ bekannt bist, wird viel über dich erzählt. Drei Jahre später äußerte sich Cora erneut zu den Spekulationen in der Sendung Pocher, gefährlich ehrlich, ich wollte einfach einmal was loswerden, was mir am Herzen liegt, weil mir die ganzen dämlichen Sprüche einfach mal wirklich auf den Sack gehen. Ich sage es jetzt hier einmal in aller Deutlichkeit, nein, der Ralf ist nicht schwul. Er fährt nur wie ein Mädchen. Außerdem kann er nicht einparken, verwechselt Diesel und Benzin und weiß nicht, dass sein Auto auch einen zweiten Gang hat. Aber er ist definitiv nicht schwul. Worte, die nach dem offiziellen Outing eine ganz andere Bedeutung bekommen. Haben die beiden damals bewusst die Öffentlichkeit belogen? Oder hat Ralf erst später seine Zuneigung zu Männern entdeckt? Das wissen die beiden wohl nur selbst.